Weißt du, wer ich bin? Ich bin schön und schlau und stark, Gott hat einen guten Plan für mich. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Mein Vater redet gern mit mir, er ist bei mir, wird mich fühlen und er traut mir so viel Gutes zu. Und weil Jesus mich so liebt und in meine Schuld vergeht, kann ich liebevoll zu anderen sein. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Und wenn jemand kommt und ist gemein zu mir und sagt, es gibt wirklich gar nichts Gutes an dir, dann sag ich nur, hey du, hey du, hör mir mal zu. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Und Moses vertraut und heilt das Meer. Daniel hat Mut, als die Löwen brüllen. Noah beeilt sich, die Arche zu bauen, zu glauben ihrem Gott. Und wenn du einfach mal nicht mehr weiter weißt, dann erinnere dich, was Gott sagt. Sei stark, sei stark, sei stark und sei immer gut sich. Sei stark, sei stark, denn ich werde immer bei dir sein. Issa geht zum König hin, Josef wird als Sklave verkauft. David ist mutig, kämpft mit dem Riesen, sie glauben ihrem Gott. Und wenn du einfach mal nicht mehr weiter weißt, dann erinnere dich, was Gott sagt. Sei stark, sei stark, sei stark und sei immer gut sich. Sei stark, sei stark, denn ich werde immer bei dir sein. Sei stark, sei stark, sei stark und sei immer gut sich. Sei stark, sei stark, denn ich werde immer bei dir sein. Hey Hillsong Kids, jetzt geht's los. Gott hat dich lieb und macht dich groß. Wir sind mit Gott auf einer Reise, also hör gut zu und werde leise. Hey Kids, ich bin Valerie und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht. Und zwar bin ich auf einem Pferdehof groß geworden. Aber man könnte auch sagen, es war ein Bauernhof. Wir hatten so viele Tiere. Welche Tiere fallen euch ein, die auf einem Bauernhof leben? Schafe, richtig? Hühner, Hunde, Katzen und bei uns leben natürlich auch die Pferde. Und eines Morgens bin ich aufgewacht, meine Brüder und ich, weil mein Vater, der kam ins Haus gerannt und hat gerufen, Kinder, aufstehen, ich habe eine Überraschung für euch. Und wir waren natürlich aufgeregt, sind runtergerannt, haben uns erstmal Gummistiefel angezogen, dicke Jacken, denn es war Frühling, aber es war noch etwas kalt. Und dann sind wir nach draußen gelaufen, meinem Vater hinterher. Wir haben uns gefragt, wo geht's hin? Na ja, und dann sind wir in den Wald gelaufen. Dort sind wir auf eine Wiese gestoßen. Und das war die Wiese, auf der lebten die Schafe. Und jedes Jahr im Frühling sind dort Lämmer geboren. Lämmer sind die kleinen Schafe. Das heißt, dort waren wieder Lämmer geboren. Und wir hörten es schon ganz hinten. Und dort waren die ganz kleinen Schäfchen. Und sie sind wackelig auf ihren Beinen, versuchen sich hinzustellen. Und dann als erstes müssen sie etwas trinken. Genau, denn sie müssen ja jetzt wachsen und stark werden. Aber die eine Mutter, die eine Schafsmutter, hatte keine Milch. Und dann haben wir uns angeschaut und gefragt, was machen wir jetzt? Na ja, und dann durften wir Kinder den Lämmern Milch geben. Wie haben wir das gemacht? Wir haben ein bisschen Milchpulver genommen, heißes Wasser gekocht, alles miteinander vermischt, in eine Flasche getan. Dann durften wir die Lämmer auf den Arm nehmen und sie füttern. Das war vielleicht aufregend und eine Überraschung an diesem Morgen. Mein Vater, der wusste schon, was passiert ist. Aber für uns Kinder war es eine Überraschung. Genau so, Kinder, war es bei Jesus. Jesus ist für uns Menschen eine Überraschung, als er geboren wurde und auf diese Welt kam. Aber für Gott war er schon immer der Plan. Und in der Bibel lesen wir, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und der Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Und so ist das mit Jesus. Und ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar war es ein ganz heißer Tag und Jesus ging durch das Land. Und wenn es ganz heiß ist, was braucht man da? Oder was hat man da? Also man braucht Sonnencreme und man hat natürlich Durst. Und jetzt habe ich euch hier ein Glas mitgebracht. Ich möchte das Glas jetzt austrinken. Glaubt ihr, dass ich das mit einem Mal schaffe? Ihr werdet es sehen. Passt auf, los geht's! Geschafft! Aber, wisst ihr, ich habe immer noch Durst. Aber das Glas ist jetzt leer. Das könnt ihr hier sehen. Und so war es bei Jesus. Der hatte auch Durst. Und der war auf dem Weg. Und dort war ein Brunnen. Und eine Frau stand dort. Und er hat sie gefragt, kannst du mir etwas zu trinken geben? Und die Frau hat dann ein Glas genommen oder einen Eimer und hat dann Wasser geschöpft und wollte es Jesus geben. Aber Jesus hat zu ihr gesagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, dass ich Jesus, der Retter bin, dann würdest du mich fragen, ob ich dir Wasser geben kann. Denn bei Jesus ist es so, wenn wir was zu trinken haben, also ein Glas mit Wasser und das trinken, bei Jesus wird das nie leer. Das bedeutet, dass wir bei Jesus immer alles haben, was wir brauchen. Genug zu trinken, genug zu essen, ein warmes Bett, in dem du schlafen kannst und Freunde und natürlich Familie. Und so ist das bei Jesus. Er ist der Plan Nummer eins. Könnt ihr das mal sagen? Jesus ist der Plan Nummer eins und wir können alles haben, was wir brauchen bei Jesus. Ist das nicht toll? Und das eine tolle Überraschung? Und da möchte ich noch für uns beten. Danke Jesus, dass du unsere Überraschung bist. Aber dass du schon immer der Plan Nummer eins warst. Und dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu retten und uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen. Mit Freunden, Familie, dass du uns hilfst, im Kindergarten, wo wir hingehen und dass du jeden Tag ganz nah bei uns bist und uns so sehr liebst, wie wir dich lieben. In deinem Namen Jesus. Amen. Tschüss Kids, bis nächste Woche. Tschüss Kids, bis nächste Woche. Tschüss Kids, bis nächste Woche. Untertitelung des ZDF, 2020